Hey zusammen, mein Name ist Markus Maul und leider kann ich heute nicht mit herbstlichen Temperaturen oder Sonnenschein pumpen. Dafür hat zu kurz vor Weihnachten hier in Konstanz die Kälte einzugehalten und auch schon der erste Schnee ist gefallen. Wenn auch nur für eine Stunde, man sieht nämlich hier gar nichts mehr. Beim letzten Video habt ihr euch sicherlich gefragt, auf welche Reise wir euch mit diesem Kanal nehmen möchten. Und wenn ich ehrlich bin, frage ich mich das auch. Man könnte uns jetzt natürlich Planlosigkeit unterstellen. Wir würden es aber viel mehr als eure Chance sehen, gemeinsam mit uns etwas aufzubauen. Lasst uns einfach in den Kommentaren wissen, was ihr über die Jusos Baden-Württemberg erfahren möchtet. Oder interessiert euch ein spezielles Thema? Oder möchtet ihr einfach die Menschen hinter der Politik bei einem gemütlichen Kaffee kennenlernen? Dann lasst es uns hier unten in den Kommentaren wissen. Im Grunde sind wir nämlich völlig frei in der Ausgestaltung. Wir wünschen euch allen eine frohe Weihnachtszeit und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. in dem wir euch dann hoffentlich mit euren Wunschinhalten willkommen heißen dürfen. Viele Grüße aus Konstanz! Okay, jetzt können wir den Take-E wieder vergessen. Nein, ach was, das war's. Gut. 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 Gut.